Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es die Funke Höllenfeuer. Das sind quasi solche Leucht-Bengalfontänen mit Kräckling. Wir haben hier verschiedene Farben. Einmal Violett, einmal Blau, Grün, Orange und eher Blau, Gelb, Grün, Violett. So, jetzt haben wir Violett. Als nächstes kommt Grün. Jetzt haben wir noch Gelb und dann Blau. Jetzt als letztes noch Blau. Ich muss echt gestehen, das sind wirklich richtig tolle Neuheiten 2021. Und zwar die Höllenfeuer von Funk. Echt mega, mega geil.